Hallo, hier bin ich wieder. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an mich. Ich bin Dr. Liseud Peuss aus der Taubenklinik, die einzige weltweit vom Verband der Deutschen Brieftaubenzüchter. Heute geht es um das nächste Produkt des Monats. Diesmal haben wir das OregaVet und ich erkläre mal, was da so die Vorteile sind. Das OregaVet enthält ganz viel Oregano. Oregano ist zur Darmregeneration da, der erholt sich sehr schnell wieder. Die Taube kann die Nährstoffe gut aufnehmen, der Code ist in Ordnung. Zusätzlich werden die ganzen Parasiten im Darmtrakt und Bakterien gesenkt, beispielsweise Stichwort Coccidien, Hexamiten, Colis und ähnliches. Das OregaVet im März jetzt einmal eine Woche einsetzen zur Vorbereitung und dann kontinuierlich weiter benutzen, übers Futter geben, zweimal in der Woche, am besten zu Wochenbeginn, damit der Darm sich ganz schnell wieder stabilisiert nach den Flügen. OregaVet wird am besten so angewendet. Jetzt bei den Alttauben eine Woche durch zur Vorbereitung auf die Reise, dann in der Reise zwei Tage zu Beginn der Woche, damit der Darm sich ganz schnell wieder regeneriert. Darmregeneration, wichtiges Stichwort für die Jungtauben. Im Sommer auch noch mal zur Vorbereitung mindestens eine Woche bei denen und in der Reise bei denen mindestens zwei bis drei Mal pro Woche. Wie gibt es das OregaVet bei uns in der Taubenklinik? Wir empfehlen in der Taubenklinik übrigens die Kombination mit dem Bronchowet. Ansonsten gibt es das noch im Taubenklinik Shop. Bis bald, gut Flug. Auf Wiedersehen.